Moin zusammen, meine Freunde. Ich grüße euch zu diesem Video. Ich glaube, ich bin jetzt offiziell alt. Das Teenager-gewählte Wort des Jahres, Smash, ist es. Jetzt schreibt mal ganz ehrlich in den Kommentar rein, wisst ihr, was das ist? Also ich bin der englischen Sprache so ein bisschen mächtig. Das heißt ja eigentlich zerschmettern, zerstören, irgendwie sowas in der Richtung. Aber das hat damit nichts zu tun, denn das wird dann im Redegewand so genutzt, was das zum Beispiel heißt, wie hier zu sehen, dann Smash ihn doch oder ähnliches. Und das kann so viel bedeuten, wie hier im Sinne von jemanden abschleppen oder den Geschlechtsverkehr mit der Person zu haben. War mir nicht geläufig, war mir wirklich nicht bekannt. Schreibt mal rein, wie es bei euch ist. Aber jetzt gucken wir ein paar echte Nachrichten an. Ja Leute, dann spitze ich langsam die Situation in dem Hamburger Hafen zu. Und interessant ist da, wenn dann wirklich so unqualifizierte Kommentare hier bei dem Video gestern, dann kommt, ja Olli, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nur eine kleine Firma, eine Beteiligung, die sich dann nach China verkauft. Ja und das ist der Anfang, Leute. Glaubt mir, das ist doch erst der Anfang. Der Ausverkauf Deutschlands läuft doch schon seit einer Ewigkeit. Das wissen wir doch. Bei wie vielen Automobilzulieferern oder auch überhaupt anderen großen und mittelständigen Firmen in Deutschland stecken mittlerweile ausländische Unternehmen drin. so, dass die schon gar nicht mehr richtig komplett zu 100% in Hand von Deutschland selbst oder auch Anteilseignern hier aus Deutschland ist. Das ist nicht mehr der Fall. Und gerade bei dem Thema Infrastruktur, kritischer Infrastruktur, wie eben diesem Hamburger Hafen hier, ist das eine ganz, ganz andere Nummer, die noch viel krasser ist. Und vielleicht kann er sich daran erinnern, man weiß es ja nicht, bei dem vergesslichen Bundeskanzler Scholz. Scholz noch tiefer in China-Deal um Hamburger Hafen verstrickt als gedacht, heißt es hier. Und da sind nämlich jetzt wir weiterhin noch ein paar Informationen rausgekommen. Und ich finde es krass, wisst ihr? Dieser Vertrag wird automatisiert geschlossen zum Ende diesen Monats, am 31. Oktober. So heißt es nämlich hier unten. Am 31. Oktober läuft die Frist in dem damals abgestoßenen Investitionsprüfverfahren ab. Das bestätigte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Eine Fristverlängerung wäre möglich, falls alle Beteiligten zustimmen. Sollte die Frist nicht verlängert werden und sollte es keinen Kabinettsbeschluss geben, gilt das faktisch als Zustimmung und der Deal ist durch. Unsere Bundesregierung und hier allen vorweg natürlich das Bundeswirtschaftsministerium, das dafür Zuständigkeit hat. Herr Habeck, warum kommt das jetzt hier drei Wochen erst vorher in die Presse? Warum wurde da nicht vorher mal diskutiert? Vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten vielleicht? Weil das Ganze ist ja schon etwas länger in der Diskussion, wie man jetzt nachträglich rausbekommt. Ja und ganz interessant ist da nämlich was folgendes bei Fokus geschrieben wird. Der Aufsichtsrat, der Hamburger Hafenbetreiber hier, HHLA, hatte es bereits genehmigt, also diesen Deal abzuschließen. In dem Gremium sitzt mit Andreas Rieckhoff, da müsst ihr euch immer merken den Namen, ein enger Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Siniulus Scholz. Aus gemeinsamen Hamburger Tagen, beide vertrauen sich seit ihrer Zeit im SPD-Bezirk Hamburg-Altona. Das Hamburger Abendblatt kennt ein Foto von den beiden miteinander verbrachter Spanienurlaub in den 90er Jahren. Als Scholz in Hamburg Oberbürgermeister wurde, holte er Rieckhoff als Staatsrat in die Wirtschaftsbehörde. Seit 2020 sitzt der Kanzlerfreund als Vertreter der Hansestadt im Aufsichtsrat des HALA. Leute, das kannst du nicht mehr ausdenken. Und schön süffisant, wie der Fokus es hier schreibt, er ist eine Art hanseatischer Multi-Aufsichtsrat. Beim Flughafen der Hansestadt mischt er genauso mit wie im Aufsichtsrat der Messe, der Tourismus GmbH und des Zentrums für Luftfahrtforschung. Das sind Multitalent, Leute. Der kennt sich aus, der Mann. Absolut hochbegabt offensichtlich. Insgesamt ist der vielbeschäftigte Staatsrat und Scholz-Vertraute laut Lebenslauf in acht Aufsichtsräten, davon in sechs als Vorsitzender. Und wo der Lebenslauf doch gerade von dem Herrn Rieckhoff angesprochen wird, gucken wir uns das Ganze nämlich direkt auch mal an. Hier ist das Ganze dargestellt. Staatsrat, wir sind hier direkt bei Hamburg.de, also sollte das der Richtigkeit auch Genüge tragen. Und dann sehen wir hier geboren, 59 in Hamburg, aufgewachsen an der Elfenbeinküste und in NRW, 79 Studium, der, und jetzt kommt's, wer jetzt hier VWL, BWL, Business Administration oder was auch immer erwartet, nein, der wird jetzt hier enttäuscht. Geschichte, politische Wissenschaften und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Wir sehen hier wieder Mitarbeiter eines Bürgerschaftsabgeordneten, wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Referatsleiter in der Stadtentwicklungsbehörde, einen Erziehungsurlaub hat er sich gegönnt, Referent hier im Bereich Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Koordinator für das Regionale, Wirtschafts- und Finanzstadtrat. Ich konnte jetzt leider kein Unternehmen da drin finden, wo es geschissen hat, Geschäftsführer, hier eine Firma als Selbstständiger aufgebaut oder ähnliches gemacht. Nein, das suchen wir vergebens. Aber die Presse ist interessant, hier von den Grünen, gegen China-Deal heißt es, Grüne fordern Beratung im Bundeskabinett und darüber habe ich ja gestern auch schon ein paar positive Worte verlassen. Dementsprechend, es gibt ordentliche Kritik von allen Oppositionen, abgesehen von der SPD selbst, die steht wohl irgendwie dahinter und da hatte ich ja auch gestern schon angesprochen, dass AKK selbst CDU-mäßig damals auch noch Merkel kritisiert hat. So was haben wir bei Scholz aktuell nicht. Und das, finde ich, ist eine ganz unangenehme Entwicklung, dass man offensichtlich große Angst hat, den Kanzler hier zu kritisieren, wenn man aus der eigenen Partei kommt. Bei der Merkel war das häufig auch so, aber damals bei AKK war das ja auch schon eine Besonderheit, aber es hat es ab und zu mal gegeben. Und interessant ist, wenn dann hier von der Frau Strack-Zimmermann, von der FDP wiederum Kritik kommt, das wäre ein folgenschwerer Fehler, sie lehnt jetzt hier ganz klar einen Kompromiss oder ähnliches bei diesem Deal ab, was ich absolut nachvollziehen kann. Wo ist jetzt gerade der Herr Lindner? Wisst ihr? Es schaffen jetzt gerade von den Grünen, beispielsweise der Vorsitzende, der Omnit Norepour, hier eine Kritik zu äußern. Okay, ist Parteivorsitzender, hat jetzt kein Ministeramt. Von Herrn Habeck wünsche ich jetzt gerade als Wirtschaftsminister auch mal Kritik an der Stelle dem Kanzler gegenüber. Aber auch bei der FDP kommt hier nichts. Abgesehen von der Kandidatin jetzt, die aber auch kein Ministeramt oder ähnliches innehat. Und dann sehen wir hier als weiteres Medienberichte über Kompromiss. Bundesregierung will China-Einstieg im Hamburger Hafen genehmigen. Da siehst du mal, die sind sich alle grün im bösesten Sinne des Wortes im Ringen um die umschrittene Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns, Costco, an einem Container-Terminal und so weiter. Chinesische Reederei soll sich demnach nur mit einem kleineren Anteil am Terminal, toller Ort, beteiligen können. Ja, super. Dann sind es anstatt 30 oder 35, nee, 35 Prozent, die geplant sind, sind es dann nämlich hier 24,9 Prozent. Erstmal. Die kann man ja immer noch aufstocken, vielleicht noch über eine andere Firma, wo wir es dann nicht direkt sehen. Und nachher wird es kombiniert. Und klar, zu dieser Grenze von 25 Prozent muss man natürlich dazu sagen, hier unten steht es nämlich auch, deswegen nehmen wir es gerne mit rein, dass nämlich das Ganze rechtlichen großen Unterschied machen würde. Der Konzern könne dann als Minderheitsaktionär formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Ganz grandios. Wow. Und das sollen sie jetzt alle glücklich stimmen. Leute, warum? Ich finde nirgendwo die Frage überhaupt in der Presse, die meiner Meinung nach hier gestellt werden soll, Wer hat das angeleiert? Das ist die erste Frage. Warum kommt man auf die Idee, so einen Hafen zu verkaufen? Kritische Infrastruktur in ein Land wie China zu verkaufen? Das verstehe ich nicht. Warum? Punkt. Das ist die Frage, die hier gestellt werden muss. Und wer hat das angeleiert? Von an der Stelle möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass der Dominik Kettner gemeinsam mit dem Florian Homm zusammen ein umfangreiches Webinar, was begrenzt ist auf eine gewisse Anzahl von Zuschauern. Und ihr bekommt dann nämlich auch, wenn ihr euch registriert, Link ist unterhalb des Videos in der Infobox, solch ein Arbeitspapier mit zahlreichen Informationen, wie man sich aus der aktuellen Situation so ein bisschen schützen kann. Das Ganze läuft unter dem Motto, wie bereite ich mich auf die Agenda 2030 vor? Also dementsprechend kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch das Ganze mal an. Link ist unterhalb drin. Ganz interessant, ganz anderes Thema ist auch aus dem schönsten Städtchen Deutschlands Berlin zu kommen. Die Grünen Pläne. Gericht untersagt Berliner Senatssperrung der Friedrichstraße für Autos. Und ich habe ja schon häufiger in meiner Anfangszeit hier auf diesem Kanal auch gerade über die Situationen in Berlin geschildert, dass da Findlinge, also riesengroße Steine, einfach mal so auf eine Straße gelegt wurden, um diese Verkehrszonen zu beruhigen etc. Was dann nachher rechtlich gesagt wurde, das passt nicht, das stimmt nicht. Ja gut, die Autos sind trotzdem in der Zeit einen Umweg gefahren, sind da nicht lang gekommen. Zu Unrecht halt. Und das kann es doch nicht sein, dass da einfach von einem zuständigen Kandidaten dann sich rausgenommen wird, so was zu beauftragen, so was zu machen. Da müssen doch auch mal Folgen passieren, dass da mit dem Privatvermögen gehaftet wird für solche Schäden, die dann entstanden sind. Insofern, dass dann zahlreiche Händler beispielsweise nämlich keine Waren verkauften konnten oder nicht in dem Umfang, wie wenn auch Autoverkehr besteht. So, dann geht es jetzt hier nämlich speziell darum, ein Gericht in Berlin hat die Sperrung der Friedrichstraße für Autos kassiert. Für den Verkehrsversuch des Senats habe es gar keine Rechtsrundlade gegeben, urteilten die Richter. Geklagt hatte eine Einzelhändlerin, absolute Ehrenfrau an der Stelle, muss man hier in der Jugendsprache es immer wieder sagen. Denn das ist doch nur nachvollziehbar, dass diese Frau jetzt hier eine Klage erhebt, wenn ihr die Kunden wegbleiben. Das ist doch die Realität. Wie möchte man denn dort sonst hinkommen ohne mit dem Auto? Ja genau, mit dem Lastenrad. Kennen wir alle die Situation, da nehme ich halt mein schönes Lastenrad. Ich besitze keines. Und gerade diese keine Rechtsgrundlage, das ist ja sowieso etwas, was in Berlin immer wieder passiert. Und das finde ich so krass, dass das einfach auch so hingenommen wird und dass da das akzeptiert wird. Also daran sieht man ja, was Rot-Grün wirklich schafft. Und von der FDP, der Sebastian Zadja, sagt das auch richtig, wie ich finde. Wenn die eigene Ideologie dazu führt, dass einem Rechtsvorschriften und die Anliegen der Menschen vor Ort, wie in der Friedrichsstraße, egal sind, dann ist das zutiefst problematisch. Gut, dass das Gericht diesen Spuk jetzt beendet. Auf diesen Senat ist nur beim Rechtsbruch Verlass. Das ist schon, das lässt wirklich schon sehr, sehr weit blicken und bestätigt ja meiner Meinung nach unserer Auffassung auch hier, was dort passiert. Da wird einfach mal gemacht, ja, geben wir halt das Risiko ein, vielleicht passiert ja auch nichts, aber in der Zeit ist das Ganze blockiert. Unfassbar. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben zeigt es. Dementsprechend schreibt eure Kommentare unten rein. Ich freue mich sehr darauf. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.